noch irgendwo ein paar ach komm kackt noch mehr aus dort sind ja die minenfelder oh wow so jetzt kann die scheiße weg wieder jetzt müssen wir nämlich zum nächsten ein mindcarrier muss hier noch sein der ist da vorne so wir werden mal das minenfeld wieder hacken erstmal damit die da schön spaß haben nice jetzt können wir das auch noch hacken das geschütz kann erstmal gleich für uns arbeiten hopp müssen wir durch die alien scheiße hier rein schleichen so dann nehmen wir uns die knarre gleich mal auf und dann rein in den mist hier los was doch noch mal kommt mal wartet mal ich muss das mal markieren hier wenn ja old verwundbar sagt er ja hier ist noch einer hi hi was ist denn mit dir los kopfschmerzen oder was schau schau dich ab du pflaume das ballerts alter der ist aber ok du gegen mich kleiner wow alter ich muss schon hier da durchkommen ja ja Komm, wir gehen aber weiter Ripper-Kanone Wo geht's denn weiter? Ist hier eine Brücke? Ja, da Die Scheiße ist schon aktiviert Da vorne sind noch welche Da wird ein Zölf-Hologramm integriert Wofür das jetzt genau ist, weiß ich nicht Ich mach das aber einfach, weil das da Kann ich das hier machen? Nein, hier kann ich es nicht machen Hier kann ich es aber machen Sieht so aus, als wenn ich es hier auch machen kann Da vorne soll ich hin, Alter Ich muss zu dem Energiekern So, hier ist alles fertig ZEV-Wurmloch schließen Na, gucken, wie wir das machen können Ich hab ja diese Energie Wow Dann gehen wir mal das Loch schließen Hm Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Natürlich die aufheben. Na, du Hurensohn. Ich mach dir gar keinen Schaden. Ich muss irgendwas machen hier, um dem Damage zu machen. Alter. Mach dir gar kein Damage. Ich saug mal die Scheiße hier mir auf. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo rumlaufen kann. Okay, aber hier komme ich nicht weiter. Wow, 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 wow. Ah. Irgendwas muss ich hier machen. Irgendwas muss ich hier machen, Freunde. Wir müssen mal gucken. Okay, das macht dem Perfekt nochmal gar keinen Schaden. Da passiert auch nichts. Wow. Letztens Spielspiel an Platten. Okay, wir müssen rausfinden. Endlich, du Hurensohn. Du und ich. Genau wie geplant. Hm? Komm schauen. Aber was bringt mir das? Ich mach dem ja gar kein Damage. Er, mir aber auch nicht. Kann ich hier irgendwas ausschießen? Nee. 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 Hat der irgendwo irgendwas? Oh. Ich seh hier auch irgendwie gar nichts, was man irgendwie kaputt machen könnte, glaube ich. Wow, wow. Okay, das schlägt einfach ins Unendliche. Ah. Das schlägt einfach. Was hat da? Ich bin nicht so schlimm. Okay. Ich bin nicht so schlimm. Wow Okay, irgendwas muss man hier machen Du Hurensohn Du und ich Genau wie geplant Blablabla Komm schauen So Völker RT um zu beschleunigen Ah, warte mal Irgendwie mach ich dem keinen Schaden Alter, ich check's nicht Hat die das jetzt wehgetan, wenn der schießt? Samaa Samaa Irgendwas passt ihm nicht Irgendwas passt ihm nicht